Tresorit schützt Ihre Dateien wie ein Schutzschild und erlaubt Ihrem Team sich auf seine Aufgaben zu konzentrieren, ohne dabei die Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Reguläre E-Mail-Anhänge sind zu anfällig, um sensible Inhalte zu teilen. Tresorit's Microsoft 365 Add-In schützt Ihre Dateien mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und sichert Datentausch und Zusammenarbeit mit Kollegen und externen Partnern. Das Add-In fügt sich mit seiner Integration für Single Sign-On in Azure AD nahtlos in Ihre digitalen Arbeitsabläufe ein. Um verschlüsselte Links statt gefährdeter E-Mail-Anhänge zu senden, wählen Sie einfach die gewünschte Datei aus und erstellen Sie einen sicheren, geteilten Link. Lassen Sie uns ein paar simple Sicherheitsfunktionen einrichten. Wir fügen eine Zugriffsanzahl und ein Ablaufdatum hinzu, da die Datei nur für die nächsten 30 Tage verfügbar sein soll. Lassen Sie uns auch ein Passwort hinzufügen als zusätzlichen Schutz. Natürlich sind noch viele weitere ausgefeilte Sicherheitseinstellungen erhältlich. Als Admin Ihres Tresorit-Firmenkontos können Sie Richtlinien für alle oben aufgeführten Features festlegen. Sobald die E-Mail den Empfänger erreicht, kann dieser einfach das Passwort eingeben, den Link öffnen und das Dokument ansehen oder herunterladen. Und die Datei bleibt geschützt. Mit Tresorit müssen Sie sich niemals um die Sicherheit Ihrer vertraulichen Inhalte sorgen. Tresorit – wir verschlüsseln alles, damit wir nichts wissen.